Leute, was geht's? Ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Reaktion von Korea, von dem ersten Vlog. Was ist die zweite Reaktion, Freunde? Das ist der zweite Teil, genau. Der Titel ist, Koreaner sind verrückt und das Video ging zwölf Minuten. Habt nach anderthalb Jahren auch knapp 400.000 Aufrufe, 35.000 Likes, sogar besser angekommen als der erste Vlog damals. Bin gespannt, let's go. Hinter den Kulissen mit Armee und Kamrooke. Noch nie so sauer. Hier, und hier geht's los. Ganz kurz, ohne uns jetzt hier selber zu pushen. Wir haben in sechs Tagen vier Videos gedreht und gute Videos. Allein dieser Vlog, ich glaub, der... Nicht gute Videos, eins der besten Videos. Stimmt, Digga, das kann ich schon so unterschreiben, hast recht. Die Korean-Reihe war schon sehr krass. Also, wenn ich noch mal eine Asien-Tour machen würde, dann würde ich dich mitnehmen an mir, 100%. Mal gucken, wo wir 24 noch hingehen können, mal schauen. Ich war in meinem Leben noch nie so sauer. Ich bin in den Videos eigentlich nur für Positivität und dass die ganze Zeit Spaß ab... Aber wir haben gar keinen Spaß, das ist die Wahrheit. Wir waren seit drei Tagen auf Koffer. In dem Koffer ist alles drin, ich hab seit drei Tagen die selben Unterhosen an. Genau, und jetzt kam der Kofferträger. Bruder, wir hatten wirklich drei, vier Tage die gleiche Unterhose an. Kein Joke, Bruder, ne? Ja. Ich hab manchmal meinen Bock... Ja, nee, kennst du das Alp nicht, Alp zu erzählen? Ich hab genommen, Bruder, Waschbecken so sauber gemacht mit Shampoo. Und ich kenn das vom Dorf, meine Oma. Und so, Reisale, Reisale, die singen, die machen so sauer mit Hand, weißt du? Wenn ich einen Hater wäre, wenn ich kommentieren, da gibt's noch tausend mit, die steht. Wie, du hab dich keine Unterhose gekauft? Naja. Wir dachten noch die ganze Zeit... Ja, wir dachten noch, unser Koffer kommt morgen. Das stimmt, gut aufgeben. Hab ich sauber gemacht, trocken lassen, Bruder. Wir waren wie Knastis, Bruder, da. Das stimmt. Wirklich, wirklich. Dann kam der Kofferträger, auf dem wir... Wir waren ja sauer, aber eigentlich kam der Kofferträger, es ist dafür. Drei, vier Tage haben wir auf den gewartet. Trotzdem hab ich Arme gesagt, Arme, wir müssen das irgendwie mit den Aufrufen wieder reinholen, die werden uns eh nicht bezahlen und Schadensentsatz geben und sowas. Deswegen, guck mal, was jetzt passiert ist. Der Arme kann ja wirklich am wenigsten dafür, Bruder, ne? Genau, aber er wurde am meisten gefickt. Jan, unsere Koffer sind da. Mach die Tür auf. Our Baggage! Komm mal, du bist jetzt halt da, Junge! Hol die rein, hol die rein! Bist du mit Englisch? Komm jetzt halt, komm, komm mal rein. Bruder, bitte, guckt euch das an. Das ist nichts, Bruder, bis wir uns seit 5 Tagen besagt sind. Hol die Zeit, guckt an! Ich weiß, wie es ist, dann kommt da kein Unterhaus zusammen! Ich hab seit 5 Tagen dieselben Buchse Schauts an. Bruder, ich kann doch nichts dafür, Arme, ich verlucht da. Ich hab ein Blut an, verlucht an, verlucht an, verlucht an, verlucht an! Lass mich nicht auf deinen Kopf! Ich glaube, ich brauche ihn nicht, er kann nichts dafür. Allah, Haram, lass einfach Glück sein, dass die Koffer da sind. Röschte auch, sorry, Bro, sorry. Five days, same underwear. Sorry, sorry. Joa, Junge, unsere Koffer sind da! Ja, Mann, komm dazu! Der war echt cool, der Junge. Ja! Ein seriöser Kofferträger! Der war echt cool. Haha, ich hab unten aus, Junge! Ja! Okay, verpiss dich jetzt, raus! Leute, was geht, willkommen zu deinem Vlog! Wir fahren heute! War ein geiler Start, Digga, war ein geiler Start. War das irgendjemand anders gewesen, ne, das ist ja richtig abgefuckt gewesen. Und ich hab sogar geschworen zu Can, ich so, ich werd das sogar machen, wenn das ein alter Opa ist. Und so, ich so, das kann dir kein älter als mein U-Opa sein. Ich mach das, weil ich war sauer, Bruder. Und dann kam zum Glück so ein Jugendlicher, der war richtig cool, wir haben uns richtig gut mit dem verstanden. Guck mal, Kuruma fragt, hä, war das nicht geplant? Nein, das war nicht geplant! Bruder, wir waren da einfach danach cool mit dem. Wie habt ihr das geplant? Was? Was dachtet ihr denn? Seid ihr bescheuert, oder was? Weiter mit dem Video! Und denkt ihr, dieser Schnubbert, planst du? Auf ein koreanisches Festival! Ich habe Angst! So viele Koreaner auf einem Fleck haben hier, was sagst du dazu? Boah, ich hab richtig Angst vor diesen Menschen hier. Oh Mann! Ich hab sogar zu Can gesagt, bei diesem Kofferträger, ne? Ich so, Can, ich kaufe einen Eimer, und ich halte ihn so an den Füßen. Ja, wollte er wirklich machen. Der hat mich nicht gelassen, Bruder. Ich hab zwei Tage lang in Korea nach einem Eimer gesucht, ich hab keinen gefunden, aber der hat mich auch nicht gelassen. Sowas will man natürlich nie wieder machen. Aber nein, das mach ich nicht mehr, Bruder. Doch, ich würd das schon machen, Bruder, ist ja witzig. Aber der war cool, Bruder, ich hab den richtig gemocht danach. Danach, ja, wir wurden Freunde. Wir wurden echt Freunde. Hallo, Germany! 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 Hallo, Germany! Hallo! Hallo! Die Leute drehen hier alle durch. Ich weiß auch nicht, dass das geht. Auf jeden Fall gibt's hier an jeder Ecke so Leute, die singen, tanzen, die supporten sich alle. Da ist immer so eine richtig fette Masse der Menschen, die gucken alle zu. Die leben alle in den Tag rein, irgendwie so. In meinen Augen haben diese Menschen da irgendwie keine Sorgen. Die leben einfach in den Tag und die juckt gar nicht so, gefühlt. Sie warten auf uns. Steigen wir mal bei dem Bruder ein. Man darf hier aber nicht über Rot über Straße quere. Über Rot rennen! Ich hab in ganz Korea noch keinen Bartträger gesehen. Ich glaub, wir sind die sowas wie Aliens. Ciao, Aniboshi! Das war mein großer Onkel an der Stelle. Aus dem Dorf. Servus, Mann! Geile Aufnahmen, Bruder! Geile Aufnahmen! Nightlife! Boah, Brüß! Wir haben schon ein geiles Tracker gemacht. Ohne mich jetzt immer so. Aber es waren coole Videos, Freunde. Ich schwör's euch, wenn ihr nach Spanien fliegt, ihr seid eure 1,5 los, Freunde. 1500 Euro, ne? Ihr fliegt hier nach Korea. Wenn ihr früh genug bucht, zu einem guten Zeitpunkt fliegt, ne? Zahlt ihr maximal 600, 700, 800 Euro für einen guten Flug mit Lufthansa. Aber ihr müsst so 6 Monate vorher buchen, ne? Das Einzige, was in Korea teuer ist, sind wirklich nur die Hotelkosten. Nur Hotelkosten da, glaub ich, um die... Kommt drauf an, wo? Hauptsache zentral, ne? Nur Hotel ist da teuer. Der Rest ist richtig günstig, Bruder. Günstiger als in Deutschland. Essen zahlt ihr pro Mahlzeit 10 Euro. Also zu unserer Zeit war das zumindest so, ne? Im Restaurant, Bruder, ne? Dickes Essen, 10 Euro, 15 Euro maximal. Das ist doch bloß günstig! Taxi kosten... Bruder, du fährst Kilometer weit, 5 Euro bis 10 Euro. Ja, das stimmt. Ihr werdet in Istanbul... Wallah, Istanbul kommt die mehr teurer davon, wenn die abgezogen wird. Das stimmt, Digga. Das stimmt. Und auch leckeres Essen. Also wenn ihr mal was Neues sehen wollt, dann bitte auch mal ein bisschen länger reisen. Und keine Angst da haben, Digga. Erfahrungen sammeln. Wir haben auch Halal-Essen, die haben alles Mögliche, Bruder. Das stimmt. Zu unserer Verteilung, aber wir haben die Wohnung gestellt bekommen. Da haben wir echt gut Geld gespart. Ja, deswegen immer rechtzeitig und früh genug buchen. Auf jeden Fall, in Korea ist das hier Herz. Das ist, was wir so machen, so machen. Das ist ein Korea-Herz. Ja, das stimmt. Und der geht an euch mit einem Kuss. Jetzt sind wir im Olympikstadion. Das war das größte Stadion in Seoul, meine Damen und Herren. Ich würde sogar sagen Südkorea, oder? Südkorea. Amir, das war auch krass. Das war auch krass, Bro. Bruder, wir können nicht jede Minute stoppen, Bruder. Freunde, tut uns leid, wir können nicht jede Minute stoppen, aber wir haben so viel zu erzählen. Glaubt ihr, wir unterdrücken noch voll viel zu erzählen? Das ist wirklich so. Man kann 2027 über dieses Video reden. Wir können ein Podcast 3-8 Stunden lang reden. Wir machen demnächst ein Podcast. Haben wir jetzt schon vorgeschlagen, dass wir mal, dass ich eine Podcast-Ecke noch machen soll, mit zwei, drei weiteren Gästen, sodass man auch debattieren und diskutieren kann. Werden wir das noch machen. Ein von Montana Blake ist auch in Korea. Und dieser Lambo, er war nicht mal abgeschlossen. Ihr seid Fenster ist offen, Bruder. Ihr klaut keine, ihr macht keine Faxen. In Korea gibt es keinen Diebstahl, Freunde. Ich weiß, es gibt Länder, da geht ihr hin mit zwei Uhren. Ihr kommt ohne Finger nach Hause. Solche Länder gibt es. Es gibt Länder. Erbil. 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 Mit Walla, da wurdest du Null abgezogen. Das stimmt. In Erbil kannst du auch dein Handy auf den Tisch lassen. Dein Handy bleibt da. Mit 100% Garantie. Weiß ich jetzt nicht. Nein, Walla ist 100% da, aber Korea. Mit Walla Garantie. Mit Walla Garantie. Mit Walla Garantie. 100%, aber Korea auch zweimal Walla Garantie. Kein Diebstahl, Bruder. Der Lambo war offen. Der hat sein Fenster offen gehabt. Ich meinte, John, sollen wir rein? Du kannst die Tür öffnen. Ich meinte, hey, Bruder, nicht, dass wir auf Ende noch irgendwie einen Schuss bekommen oder so. Lass einfach die Fenster offen. Schau mal vor, du fährst Lambo und lässt einfach alles offen, Bruder. Also eins ist klar, die haben ja auf jeden Fall Anstand, die Menschen. Keiner klaut, keiner boxt sich. Sowas hätte ich echt nicht gedacht. Krass, ne? Der hat sogar Schlüssel drin. Noch einen Lambo, lass mal fahren, Junge. Bruder, Lambo Party einfach. Da waren so viele Stars, so viele reiche Leute. Krass, Bro. Wir waren einfach spontan da. Das war ja nicht geplant alles. Das war so, ey, heute ist das, was wollt ihr hin? So, okay, komm, wir gehen in den Content. Da war doch dieser Marshmallow sogar da, dieser richtig bekannte DJ. David Guetta war auch da. David Guetta war auch da. Da waren, Bruder, da waren die krassen DJs. Ja. Bruder, die Leute, ich und Jun haben mit voll vielen Leuten da gequatscht, ne? Die kamen aus Amerika, aus da, aus da. Die kamen aus den komischsten Ecken nur für dieses Konzert, ne? Ein Ticket hat irgendwie 500 Euro oder so gekostet. Das war wirklich? Wirklich? Wir haben nicht bezahlt, Freunde. Wir kamen so rein. Wir haben nicht bezahlt. Wir sind über den Zaun gesprungen mit einem Fake-Ausweis. Ja. Wir waren VIP, war der Sänger, Jun war der Tänzer. Ja. Wir sind ja eingeladen und so, die ist das, YouTube, und so, ah, YouTube, 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 YouTube. Wir waren da, glaube ich, eine Stunde oder so und haben davon nur eine Minute reingeschnitten. Boah, jetzt kommt eine coole Aufnahme, ich freu mich extrem. Wir haben uns durchgeschnurrt. Wow. Boah, das ist so kawaii. Guck mal, Second Day, wow. Das ist einfach Sängerbändchen, ne? Was für Bändchen? Sängerbändchen. Ah, ja, stimmt. Junge, hör auf dich die ganze Zeit, auf deren Spaß zu bedanken. Was soll das? Also, wir haben herausgefunden, wir haben keine VIP-Bänder, wir haben Artist-Bänder. Ja, wir haben Artist-Bänder bekommen. Ah, baby. Bruder, die haben uns überall eingeladen. Sitz mit uns, Logi, hier, dies, das. Und ich bin halt so ein Typ, Bruder, und Armin natürlich auch. Wir feiern natürlich nicht und nicht so gerne. Andere Leute hätten für dieses Ding locker 500 Euro bezahlt, um sich da einfach wegzuschießen, zu feuern. Da war David Guetta, da war Marshmallow. Bruder, ich würde sagen, wir Armin haben unsere Aufnahmen, ja. Ja, wir abhauen. Bruder, wir konnten eigentlich reingehen zu David Guetta. Ja. David Guetta hat die Kamera gegeben und sagt, tanze ein bisschen. Ja. Aber wir wollten nicht, Bruder. Ja, wir wollten nicht. Wir wollten nicht so viele Klicks haben. Wir wollten nicht. Ja, of course, Mara. Ja, of course, Mara. Okay, oh, overshade. Oh, oh, oh. Ja, ja. Oh, ja. Was denkst du mit dir jetzt, du das? Ich hab dir meine Rückhand gezeigt, ne? Ja. Und ich dachte so, Bruder, ich hab Artist-Band, ne? Lass mich dir gerne mit Rückhand eine Schelle geben. Der hat direkt verstanden, er hat O gesagt. Ja, das ist so. Hier, können wir nochmal beweisen. Es ist eine dunkle Aufnahme, deswegen sieht man, Armin ist Rückhand nicht, aber er hat O gesagt. Ja. Ja, of course, Mara. Okay, overshade. Thank you. Siehst du? Scooter! Nein, nein, er war da, er war da, wir haben ihn nur nicht aufgenommen. Er war gestern hier in der Hood, sag ich einfach, Bruder. Ich muss mir anders überlegen, ich geh nach Hause. Wo habt ihr mich hier hingebracht, Junge, ich will weg hier. Bruder, das sind einfach, Bruder, ich sag's euch, es ist einfach Bots. Ihr müsst euch einfach, MPCs, 5000 Koreaner stehen da und machen so. Und die konnten, Bruder, sie sind jetzt ein bisschen falsch, aber die konnten alle irgendwie in meinen Augen nicht tanzen an mir. Wie fandest du den, wie fandest du den vorbei? Ich bin auf die ganze andere Stelle, wir sind an dem vorbei, wir sind immer rum, hin und her, keiner sich bewegt. Wenn du den angesprochen hast, die hätten sich so bewegt, du weißt doch, diese Sims-Charaktere. Das war 1 zu 1 wie in GTA, wenn du einfach so um den Strand durchschläufst und so. Ah, ihr wollt durch? Okay, geht da durch. So war das, Bruder. Tschüssi. Aber die waren alle ruhig. Keiner hat doch auch Scheiße gebaut. Das ist auch so eine Sache. In Deutschland, Bruder, oder hier, wenn jetzt keiner da gewesen wären. Apropos Vertrauen, die hatten da nicht mal das Garderobe gehabt, ich schwör's euch, Freunde. Wir hatten hier so, warte, wo kann ich das zeigen, ungefähr hier so. Hier, nimm die Maus, nimm die Maus, ich zeig euch. Hier so, ne, war ein Berg voller Rucksäcke, wo Portemonnaies her... Alles, alles, alles. Die Leute lassen einfach ihre Sachen legen. Und jeder wusste, wem wessen Rucksäck war und hätte ich bei Jungs aus alten Essen mitgenommen. Die Velvet will 7 Millionen Euro nach raus bringen. Ja, ist so, ich zeige euch, wie es ist. Aber das ist haram, Klauen ist haram, weiter mit dem Video. Ihr Leute, wir nehmen das schon auch wie die Koriander da. Wer will kein Corona-Ciner weiß ich auch nicht. Bruder, aber wirklich, Alter. Es ist, Bruder, es ist wirklich ein Ausmaß von Corona. Überstrafaziert Corona und wir sind einfach in der Nähe von 10.000... Das ist wie Selbstmord eigentlich, was wir da gemacht haben, Bro. Alles wie die Videos und ihr habt's nicht wertgeschätzt. Okay, doch, ihr habt's wertgeschätzt, Digga. Das Video hat 4.000 Aufrufe, 35.000 Likes. Aber mit diesem Video hätte man auch nur an Millionen Abonnenten erreichen können. Soll ich euch, wie es ist. Weiter mit dem Video. Für mich war das erste Mal, ich war noch nie bei sowas. Das war geil, Bruder. Ja. Ja. Guck mal den an, Bruder. Werd den gef***t. Werd den verarscht. Ich hab ihn einfach ausgelacht die ganze Zeit. Spider-Man. Habt ihr den gesehen, den Spider-Man? Guck mal jetzt, bitte. Armin hat gar keinen Charme, Bruder. End of Michael Weiss. Okay, hier. Spider-Man. Der hat da schon den Anita McSwing gemacht. Ja, ja, ja. Das stimmt. Anita McSwing, double this in the chat. Ich bin mir so fremd. Ich bin mir so falsch. Ich bin mir hier weg. Danke an die Tante, die uns Tickets gebracht hat. Ey, ein Ticket kostet 2.5. Haben wir 750 Euro gespart? Bring mir Alkohol und ich brauche Alkohol. Noch nie Alkohol getrunken. Was hast du eigentlich gesagt? Ich weiß nicht. Wir sind ja eingeladen. Wir können auch trinken und so. Ja, guck mal, Bruder. Guck euch das zum Koreaner an. Guck mal, Rombion. Er dreht durch. Er zieht mich einfach rein. Die haben mich reingezogen. Das war so unangenehm. Ich fühl mich einfach so falsch. Wir waren jetzt genau 10 Minuten hier und das reicht. Verrückte Menschen, Wallah. Ich schwör, in dem Video sieht das aus, als hätten wir 10 Stunden Party gemacht. Ungefähr jetzt, Wallah, wir hatten 15 Minuten oder so. Ehrlich, ehrlich. Wirklich, ehrlich. Kein Wallah, ehrlich, ehrlich. Ich kann einfach nicht schlafen. Das ist teils. Hier, guck mal, direkt ein neuer Kampf. Jetzt genau 10 Minuten hier und das reicht. Das ist so ein ausführliches langes Video. Es ist so viel passiert. Bruder, hätten wir diese Aufnahmen, was wir in dem Video gemacht haben, wir hätten die, ehrlich, ehrlich, wir hätten das Video, wir hätten locker eine Serie daraus machen können. 100 Prozent. Ich meinte auch zu Can Falloff. Ich so, Can, Bruder, schneid das nicht raus. Das ist gutes Content, das sind richtig gute Videos. Der so, nein, das Video muss 12 Minuten und 48 Sekunden lang sein oder so. Ja, Bruder. Der so, das Video soll nicht so lang sein. Ich war auch manchmal richtig mies abgefuckt, Bruder. Weil wir hatten echt viele Aufnahmen. Bruder, wir hatten richtig viele Aufnahmen und Pappen, neuer Karten, neuer Karten. Ich war halt so besessen, dass ich alles so... Es war halt der perfektionistische Kopf. Mittlerweile... Das Video, das Video ging sieben Tage lang, Freunde. Und guck mal, jede Szene geht ungefähr maximal eine Minute. Ja, das war die Kunst hinter meinem Vlogs. Damit ihr das Wert checkt. Das war halt die Kunst hinter meinem Vlogs. Was soll ich denn machen? Leute, ich kann einfach nicht schlafen. Es ist drei Uhr morgens. Stellt euch mal vor, ihr wohnt alleine hier und kommt hoch in eure Wohnung. Und dann war da hinten ein... Bruder, das war mies gruselig. Pando auf euch. Das war das coolste Kiosk, in dem ich jemals war. Der coolste an der Stelle? Ja, Bruder. Ich und Ami... Das coolste? Ich sag es wie ich... Die coolste! Ami und ich waren da jede Nacht. Wie Türkische Kaffee. Wo man Tavla spielt. Das Problem war ja... Kannst du dich erinnern? In Korea hast du Jetlag, Bruder. Dieses Jetlag. Ich hab davon nie was gehört. Ich wusste nicht, was Jetlag ist. Überall, wenn du sehr lange fliegst. Aber wenn du irgendwo hin fliegst, wo acht Stunden Zeitunterschied ist. Du schläfst erst gefühlt um sechs Uhr morgens. Bist du müde? Weil das in Deutschland gerade mal so diese Zeit ist, wo du schläfst. So ein Uhr nachts und so. Weißt du, meine? Das ist Katastrophe, Bruder. Wir waren jeden Tag wach bis sechs Uhr morgens und haben geschlafen bis 14, 15 Uhr. Deswegen haben wir tagsüber nie was gemacht. Guck mal, wir sind ganz... Ihre Aufnahme ist nachts. Ja, immer nachts. Wir waren tot. Weißt du? Jedes Kiosk hat in Korea, glaube ich... Das hat 24 Stunden auf gehabt. Jedes Kiosk. Das sind normale Supermarktpreise. Da gibt es nicht so diese Wucherpreise. 5 Euro oder so. Ganz normale Preise. 30, 40 Cent. Ja, und guck mal, was der schreibt. Kuruma schreibt, aber morgens geht da eh nix. Deswegen egal. Das stimmt aber wirklich. Weil Korea ist mehr für Neid. Ja, kann sein. Das ist wirklich so, Bro. Ja, ne? Das ist wirklich so. Aber es gab ja Orte, wo man tagsüber hingehen konnte. Wie zum Beispiel dieser Tempel, was wir nicht geschafft haben. Ja, stimmt. Weißt du was, Alter? Eigentlich müssen wir nochmal nach Korea fließen. Theoretisch. Ich sag's euch, wie es ist. Ganz kurz noch. Wir haben uns auch mit diesem Kiosk-Besitzer voll angefreundet. Weil er uns halt jeden Tag gesehen hat. Am ersten Tag mochten wir uns nicht so. Am nächsten Tag hab ich schon mit seinen Hunden gespielt. Er hatte Hunde einfach. Das ist der Mist. Kiosk, guck mal, das ist ein Vibe. Wir geben was Salam alaikum zu unseren Amtsersagen. Salam alaikum. Das Kassi ist auch. Ihr könnt, egal welche Uhrzeit, einfach Kiosk reingehen. Ihr kauft euch hier diese Jungen. Guck mal, ich war so ein Esel. Hier gibt's diese Bulldack-Mulldack-Nudeln, wie die heißen. Und ich hab das hier genommen, weil ich kannte die vorher nicht. Ja, genau. Ich hab erst am dritten... Jim, da waren die noch gar nicht so am Gehypt, ne? Ich hab erst am dritten, vierten Tag erfahren, meinte Melissa oder so, ey, da gibt's Nudeln, die sind richtig, richtig lecker. Und da sind die hier gewesen, ne? Ich wusste das einfach nicht, Freunde. Digga, wir haben die gefetzt, Bruder. Bruder, das kostet... Weißt du, was das hier genommen hat? Amir hat sich 20 Stück mitgenommen. Weißt du, was die kostet hier? Ja. Du weißt das ja. Zehner. Ja, kostet so 5, 6 Euro so ne große. Vielleicht nicht mehr so krass wie früher, aber immer noch so geil. Bruder, kostet hier einfach 20 Cent oder so. Bruder, es ist hier jetzt gefühlt 3 Uhr morgens. Arme und Is sind irgendwann aufgestanden, wie Zombies um 1 Uhr morgens. Bruder, ist Hunger? Ja, okay, komm, wir gehen Nudeln essen. Und dann saßen wir da. Im Beast Mode. Haben wir ein richtig gutes Foto gemacht. Ja, das stimmt. Wow, so satisfying. Guck mal, die haben heißes Wasser immer. Das sieht schon mal saftig aus, du. Hör auf zu den Zuschauern, erst mal Freunde zu sagen, Junge. Das ist so ein Tick, der in meinem Kopf hingeblieben ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ihr seid keine Freunde. Ihr seid Familie. Mein Schatz. Der Typ hat mich die ganze Zeit fertig gemacht, weil ich die ganze Zeit Freunde gesagt hab, in jeder Szene so, ey, Freunde, Freunde. Ich wusste nicht auch, warum, Bruder. Weil, Bruder, wenn ich es karte, komm gerade sein, Freunde, 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 Freunde. Ein Bär. Hat sich Nudeln gekocht? Also das hat maximalen Drip, Bruder. In Korea um 4 Uhr morgens einfach Nudeln. War geil, man. Wie schmeckt's? Hammer. Echt? Was hat's gekostet? 1,70 Cent, so. Wirklich? Kostet, quantet, a**etze. 1,70 Cent krank. Damit könnt ich ein Jahr leben. Aber gefühl kannst du wirklich noch von ein Jahr leben. Ich weiß, ob das gesund ist, aber... Wer wirklich kein koreanisches Essen mag, kann das 24.07 essen... Ganze Zeit, Bruder. Guck mal, wie schön der Hund ist. Allahüm. 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 Das war so ein geiler Hund. Akita. Digga, er hat einfach zwei von denen. Allahüm. Danach ist der nächste gespott. Allahüm. Einfach Weichen und Männchen. Wir sind gerade drüber, diese Bahnstation, wo Scoot Game aufgenommen wurde. Guck mal, direkt einen Cut später, eine neue Szene, ein neuer Tag, wo wir bei den Stellen sind, wo Scoot Game aufgenommen wurde. Und Scoot Game war richtig gehypt damals. Das war voll krass, Bruder. Das war zu Sweet Game Zeit. Und du wisst ja, diese Haltstelle, da wo der Scoot Game-Typ geht und zum ersten Mal den Typen begegnet, der dieses Spiel mit denen spielt. Mit 100.000 Won oder so. Ja, da waren wir, Bruder. Und einmal dachte ich, okay, komm, wir gehen dahin, wir basteln das nach und wir machen das auch. Wir sind wirklich zum Kiosk gegangen und haben gesagt, A, B, Amca, gib mal bitte ein paar Blätter. Wir machen das. Bruder, guck mal, Respekt nochmal an die Koreaner. Jeder andere hätte Tourist abgezogen, der hat gesagt, ich will kein Geld von euch. Ja, er stimmt, er hat uns das geschenkt, Digga. Auch krass. Das ist geil an Korean, Bruder. Die Leute sind freundlich, die Leute wollen kein, so weißt du schon eine? Jeder andere hätte gesagt, gib mal 5 Euro oder so, du hast 5, 6 Blätter genommen, weißt du? Ja, ja, ja. Wir haben uns gestritten wegen dem Geld. Das stimmt. Wir werden jetzt genauso wie in der Serie diese Papiere zurechtballen und diese Spiel spielen. Los, mein Bär, basteln. Guck mal, Bruder. Der Fleische. Ja. Bruder, Amir hat das Video studiert, also ja, so und so. Guck mal, andere Menschen brauchen ein Tutorial. So die ganze Zeit gucken, okay, jetzt so und so. Amir hat einmal... Ich mach's schon. Bruder, eins zu eins, er hat nachgebastelt. Spielen wir um Schläge? Backpfeifen, Backpfeifen. Yes. Also wie funktioniert das so? Drauf klatschen und wenn ich das umdrehe, hab ich gewonnen, oder was? Ja, ich hab's umdrehen. Aha. Hier unten soll das wohl sein. Warte mal, Bilder, ich fühl mich grad wie in der Serie. Ehrlich, ehrlich. Ehrlich, ehrlich. Leck mich am Arsch. Nein, Alp. Ich kann keinen Keks essen. Stimmt. Das war noch dieser Keksezelle. Ich hab einen Monat lang drüber witzig gemacht. Ich kann keinen Keks essen, Digga. Kriegst gar nicht? Danke, nein. Ich kann leider, äh, keinen Keks essen. Ah, okay. Das wär echt so'n schwerbeh***ter, Digga. Nee, ich kann keinen Keks essen. Haben wir ja Glück und die drehen grad die zweite Staffel hier. Boah, das wär krass. Das wär richtig krass. So, dann suchen wir mal den Spot. Ich hab auf Instagram extra gefragt gehabt, ob ich euch ein paar Spots zeigen soll. Und das machen wir jetzt für euch, Digga, weil ich ein Ehrenmann bin. Wir sind einfach jetzt eine Stunde hierher gefahren, damit wir euch diesen Spot zeigen, obwohl ihr die Ecke hier gleich aussieht. Wir hätten noch fehlen können. Jede U-Bahn. Jede U-Bahn. Du hast ein Bild raus, kommst du nach links. Was hast du vor? Ey, das ist der Typ. Er hat sogar Anzug an. Was hast du vor? Guck mal, wenn man in die Bahn einsteigen würde, würden wir bei Gundam... Hast du gefurzt? Nein, lass an. Willst du mich erschrecken? Nein, mach an! Oh shit, wir haben's gefunden. Hier wurde's gedreht. Wie krass. Das ist der von Anzug. Ja, das ist der. Ey, wir wollen mitmachen in der Staffel. Ich lass mich auch umsonst schlagen. Wir müssen nicht mal spielen. Ich liebe sowas, Bruder. Hinter den Kulissen. Das, was man in den Serien sieht. Wir sind einfach... Es war schon krass, Bro. Wirklich. Eine weltweite Serie, die wir ragerns. Wir waren einfach beim Ort. Netflix war da, die wollten uns aufnehmen. Ja, wir... Wir haben Nein gesagt. Wir haben Nein gesagt, Bruder. Tut uns leid, aber wir machen unseren eigenen Film hier, okay? Also Netflix? Wir haben unseren eigenen Film. Euch gibt's grad mal seit vier, fünf Jahren. Das nehmen wir nicht. Ja, ey. Uns gibt's schon seit zehn Jahren. Halt deine Fresse. Live grad dort. Krass. Okay, Ami, du gegen mich. Um 10.000 won. Nein! Guck mal, die gucken auch noch zu. Die denken sich, was sind das für dumme Touristen. Ah, ha, 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 ha. Okay, wir wollen auch mit spielen. Das sind Kindheitsspiele von denen. Ja, ist das wirklich so? Das ist wie, wie... Mit Murmeln und so. Ja. Das ist deren Kindheitsspiel. Los. You wanna play? One time, one time, one time. Komm. Der Trash-Gefreund. Ja. Guck mal, guck mal, er gibt nicht richtig Mühe. Der macht Tricks mit seinem Lackschuh. Ja. Okay, jetzt muss ich ihm eine Backpfeife geben, weil er verloren hat. Guck mal, guck mal, Bruder, wie ernst die machen. Ah, oh. Die lieben dieses Spiel, Bruder. Die haben's direkt... Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Guck mal, nochmal, er hat mich akzeptiert. Aha. Aha, okay. Ja, Schummel mit Lackschuh, ne? Mit Lackschuh. Das ist aber ausgepackt. Thank you. Bye, bye. Wie in der echten Serie. Die Bahn fährt jetzt weg. Genauso wie hier. Ja, 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 Junge. Genauso. W ist in der Chat für diesen Move von mir und Amir, Digga. Wir dachten, wir haben die Welt verändert, weil wir die Szenen aufgenommen haben. Holla, gebt uns die Liebe und die Props jetzt für dieses Video. Ihr kriegt solche Videos nicht mehr. Ihr kriegt nur noch Scheissreaktionen. Wir sind extra für euch, weil ihr Squid Game gefeiert habt. Sind wir extra für euch. Eine Stunde sind weg. Und eins schon einmal. 13 Stunden sind dahingehend zur U-Bahn-Haststelle nur für euch. Ja, ja, ja. Und dann haben trotzdem Menschen disliked. Schämt ihr euch nicht? Ja, schämt ihr euch nicht! Haha, Allah, ich gerade... Ich hab den abgezogen. Na, Jungs, habt eh jemand von euch schulden? Ihr könnt gegen mich spielen, ist da kein Problem. Das waren alles Hunderter, ne, Freunde? Ja, ja, ja. Weißt du, warum? Weil wir haben Geld. Guck mal. Alle Sonnys. Na, Jungs, habt eh jemand von euch schulden? Ihr könnt gegen mich spielen, ist da kein Problem. I make mistake. I don't want to call. Bruder, das war so ununbedingt. Ich war auf der Toilette und ich hab die Spülung nicht gefunden. Ich dachte, das ist die Spülung. Ich hab nicht verstanden. Ich bin bei Biswa am Stehen. Am Biswa. Und auf einmal, ich hör in der Toilette von Can, hör ich eine koreanische Stimme. Und ich dachte so, hab mich jahrelang von Can falsch gemacht. Was macht der mit einem Koreaner auf der Toilette? Und ich hör die ganze Zeit und Can sagt, I'm sorry, sorry. Please. It was a mistake. Das ist ja nur das Video. Ja, er dreht durch. Weil kann ja sein, dass sich da irgendjemand übergeben hat oder er striebt. Und ich so, John, was passiert da? Was ist los, ne? Der macht die auf. Der so, Bruder, ich wollt doch nur die Spülung drücken. Ich hab aus meiner Sehnen Notknopf gedrückt. Ja, guck mal. Du hast so einen Notfallknopf, Bruder. Guck mal, guck mal. Bruder, ich wollt nur Toilette abspülen. Ich komm raus zu sehen. Aber Bruder, jetzt mal Spaß. Was? Sucht dieser Klopfter? Hier ist Toilette. Nein, nein, der ist auch an dich. Hier ist die Toilette, ne? Ja. Warum drückst du hier? Und warum sollte hier eine Spülung sein? Bruder, weil ich die Spülung rausgefunden habe. Und warum ist da überhaupt so ein Knopf drin? Das sieht aber auch wirklich aus wie so ein Atombombenknopf, Bruder. Das sieht nicht aus wie eine Spülung. Das ist Kimmel und unsern Knopf. Ich geb dir immer recht. Du weißt, ich geb dir immer recht, wenn's recht geht, ne? Ja. Aber das sieht aus wie ein Atombombenknopf, Bruder. Das ist der Kampf, wo mein innerer Ich so, mein Monk so, der sagt, Bruder, 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 bruder. Ja, Wallah. Bye, bye. Bruder, ich versteh dich nicht. Es tut mir leid. Stell Hände waschen und abhauen, bevor wir ins Gefängnis kommen. Ey, warte, bye, bye. Aber darauf kommt die auch nicht an. Bruder, die hat durchgehend geredet. Durchgehend? Sie werden euch verhaften. Hey, lass dich ficken, Nick. I don't want to call. Bruder, ich... Die hat auf einmal Deutsch geredet. Komm her, zurück, du Hund. Komm, spülen. Ich hab außer sie jemanden angerufen, Mann. Bye, bye. Bruder, ich versteh dich nicht. Es tut mir leid. Stell Hände waschen und abhauen, bevor wir ins Gefängnis kommen. Bruder, ich... Komm mal, er redet immer noch. Anitta, ja, Anitta, ja. Anitta Matchman hat die gesagt. Ja, Alter. Hör zu, ehrlich. Nicht mal, hör zu. Es tut mir leid. Stell Hände waschen und abhauen, bevor wir ins... Hör zu, hör zu, hör zu, hör zu, hör jetzt. Anitta, guckt jetzt. Gefängnis kommen. Bruder, er geht immer noch schnell raus hier. Scheiße, Scheiße. Guck mal, Leute, du hast einfach der Opa von dieses Goodgame-Film. Angekommen bei Table A. Das war eine tote Opa, ne, der zum Schluss dieser böse Wicht war. Ja, genau. Er war wieder da. Die haben schon mit zwei gedreht. Ihr glaubt nicht, ne? Der war wirklich da, Bruder. Vergleicht ihn, vergleicht ihn, guck. Und sagt, dieser Schnubbert lügt. Ja, dieser Schnubbert lügt nie. Das ist einfach der Opa von dieses Goodgame-Film. Angekommen bei Table A. Hier kann man wohl Kaffee trinken und Tiere streicheln. Wir distanzieren uns von Teelkelleria. Das war der größte Scheiße, der größte Scam. Einfach Katzen. Das ist so, wenn ich euch von dem Eintritt nehme, dass ihr den Yield streichen dürft. Das war richtig teuer, Bruder, ne? Ja, wirklich, ey. Fuffi pro Kopf. Oder Dreißigen? Also nur Eintritt, ne, ohne Kaffee, ohne alles. Also es ist so ein Kaffee, du sitzt hier und trinkst Kaffee. Ja. Aber nur Katzen und ein kleiner Hund und so ein schimmeliger Frosch in der Ecke. Ja, ey. Also alle Tiere sind schön, aber der Frosch war schimmelig. Oh Gott, sowas hab ich ja noch nie gesehen. Eine Katze. Pass mal, der Moment ist ja ein Erdmensch. Bruder, Erdmensch und einfach Hakuna Matata. Das ist eine feine Weltbahn. Hat jemand ne fette Katze bestellt? Noch eine Katze. Noch ein Erdmensch. Hat jemand verstörte Erdmensch bestellt? Oh, wir haben das Ganze supported, Armin, Tierkülleria haben es supported. Was für die Quälerei, Bruder. Die Tiere haben einen Stundenlohn von 30 Euro oder so. Den geht besser als mir, Bruder. Du sagst die Quälerei. Arbeiten in einem Lucius-Café, Bruder. Kriegen jeden Tag Essen von irgendwelchen Touristen. Werden mit San Sebastian und T-Scake bezahlt, Bruder. Die Quälerei, Bruder. Wenn das die Quälerei ist, lass mich auch die Quälerei sein. Bruder, ein schöner verstörter Erdmensch, der nach draußen guckt. Der Bruder sitzt hier mit dem Bred. Guck mal, was für ein schöner Erdmensch. Und das war ein schöner Koreaner mit Freiheit. Hey, Bruder, ich war nur disrespektiv. Aber der sieht doch wirklich aus, als wäre der so ein Erdmensch gefangen in einem Café. Der sieht voll gechillt aus, Bruder. Gechillt, Bruder. Ich wusste gar nicht, dass du gechillt bist. Okay, komm. Er will einfach nur raus. Das arme Tier, das bricht mir mein Herz, ohne Witz, Mann. Guck mal diese Katze an, Bruder. Der hat ein paar Hamburger zu viel gehabt. Ja, Bruder, und der sagt die Quälerei, Bruder. Oh, Mann, Alter. Einfach ein wüsten Fuchs in Gefangenschaft. Ich wünsche, ich kann alle Tiere hier befreien. Los da bei mir, Operation Tiere befreien. Hallo. Hallo. Ja, das war ein guter Gast. Jetzt bellt er doch, oder? Was denkt sich denn der Hund, dass so ein Mensch diese Geräusche machen? Oh nein. Die Menschen hier warten auf Canbroki. Leute, ich bin da, ist alles gut. Ihr könnt die Kameras jetzt anmachen. Boah, unangenehm. So, die lachen auch noch, Alter. Ach so, warum haben die gelacht? Weil das alles Deutsche waren. Jo. Was ist das, was ihr in Korea sagt, Freunde? Ich bin doch von Bonzo. In Korea leben ohne Ende Deutsche, Bruder. Ja, so Studierende, dies, das. Studierende, Arbeitende, Teacher, Lehrer, Professoren oder so, ne? In unserem koreanischen Chickenladen, ne? Und Freunde, diese Korean Chicken, ne? Was hier jetzt mittlerweile Trends und das haben wir schon vor Jahren. Junge, wir haben Korea erfunden. Weißt du? Wir haben Korea Fried Chicken erfunden. Wie heißt der eine, äh, wie heißt dieser Präsident aus Korea? Kim Jong-Un. Kim Jong-Un, wir sind so, Bruder. So, so sind wir. Als er mir schon Korean Chicken gezeigt hat, da wart ihr noch, habt ihr zu essen Am-Am gesagt. Am-Am-Am-Am-Am-Am. So habt ihr das noch genannt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Junge, Can hat die ganze Zeit geredet. Ihr kennt den ja, ne? Er redet ja richtig gerne laut, ne? Er redet in Deutschland laut, Bruder. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Ich rede nicht gerne laut, ich rede generell, ich kann ich's dafür. Das ist eine Behinderung, eine Schwerbehinderung. Aber wenn so ernstere Themen sind, ist er dann ein bisschen leiser, weißt du? In Korea war da durchgehend laut, sie hat über private Sachen geredet, Probleme, alles Mögliche, Bruder. Und auf einmal hören wir immer so, die Leute gucken und fangen an zu lachen, kichern, reden auf einmal miteinander. Wir haben nicht verstanden, ne? Bis auf einmal, die eine Person schreit. Jun, Bro! Ja, wirklich, wirklich. Wir gucken so, wir so, was ist das denn, ne? Einfach Deutsche. Korea sind fuller Deutsche, Bruder. Das ist krass, Digga. Ihr müsst echt vorsichtig sein, was ihr so redet und so. Daniel, wir laufen schon seit paar Tagen hier vorbei und da war die ganze Zeit ein Rekord. Jetzt haben die einfach refreshed, weil ich glaub, da konnte denen keiner knacken. One Take, okay? Ich dachte, ich bin Mike Tyson. Oh nein, Amir. Und wenn er nicht gestorben ist, liegt er immer noch da. Was soll zu sein? Ist jetzt ein bisschen wie afghanisch oder so. Koreanischer ist ja geburtstag, Erwachsene im Verzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch erkennt dich schon vom Fenster. Die sind heil, die merken. Dein Sohn ist ein Gangster. Bau, bau, bau. Zeugnis Jehovas hier. Take Fisch. Allahu Akbar. Unser koreanischer Bril ist wieder hier am Streamen. Guck, Jamida. Er ist jeden Tag da. Ich f*** deine Latschen, Bruder. Morgens, mittags, abends. Ich f*** seine Latschen. Sag dem das. Bro. Er hat sich direkt an Kapp, Digga, weil du ein Kurde bist. Was glaubt ihr? Habt ihr uns verwisselt? Habt ihr gesehen, wie asozial der ist? Ich sag, habt ihr uns verwisselt? Digga, Bruder. Guck. Und ich nehm letztes ABK-Schuss bei dem Miebie. Ich bin viel schlimmer. Deswegen bin ich wahrscheinlich so durchgedreht. Guck mal bitte. Was glaubt ihr? Habt ihr uns verwisselt? Mein Name ist Anitta MaxRain. Habt ihr so ne Chat, Digga? Digga, Cringe-Lords. Alles Cringe-Lords. Ja wirklich, ich bin drei Zuschauer getanzt, oder? Wir tanzen nicht mal, es war 2000. Die tanzen für 3. Yallala. Nein, ehrlich. No, Freunde. Wir 3.000 tanzen wir auch. Nein, ehrlich. Nein, hör auf, hör auf. Das hat schon TikTok-Max. Hör auf, hör auf. Das hat schon TikTok-Max. Also, wir distanzieren uns komplett davon an der Stelle. Heute fahren wir in das koreanische Disneyland. Ich bin gesch... Bruder, das ist immer noch ein Video, ne? Ja. Wir gehen gerade seit einer Stunde, das ist immer noch ein Video. Wir müssen wohl so eine Schuluniform anziehen, um hier rein zu dürfen. Das war's. Haben wir auch deine Größe da? Haben wir Elefantengröße da? Sieht aus, wie so XS oder so. Also, ich dachte, ich bin dick. Wir hatten echt Probleme aber damit Größen, ne? Ja, weil die sind alle Skinny-B***s, Alter. Aber die Koreaner sind lang, Bruder. Da darfst du nicht über Dings sagen. Skinny-B***s. Die sind Skinny. Bruder, es hat mir nichts gepasst. Ich hab mich gefühlt wie ein Varos. Und da war ich noch dünn. Guck mal, da hat man Bewerbungsgespräch gehabt bei Netflix. Hab's jemals in deinem Leben, glaub ich, so eine Hose angehabt? Nein, noch nie. Und ich will's doch eigentlich nicht. Schaut euch das an. Ich bin einfach ein koreanischer Schüler geworden. Was ist mit die Lust, Digga? Geh mal Oxford studieren. Du musst dich aber gut aus, klar. Du musst es nicht umziehen dafür, Dings, damit du da reinkommst. Ja, das sah aber gut aus, haben wir bei dir. Was ist aus unseren Schnurrbärten passiert? Sagt mir ehrlich, ich könnte mich an sowas gewöhnen. Ich könnte mich daran nicht gewöhnen. Du hast doch die ganze Zeit diese Weste gesucht, du hast einfach keines gefunden gehabt. Das hat mir nicht gepasst. Weil es mir nicht gepasst hat. Das hat mir die letzte größte gehabt. Sie fragt mich doch, warum hast du keine Dings an? Guck mal jetzt, Frust und Sauer. Sie ist auch ein Mr. Wien-Bisschen so. Weil es mir nicht gepasst hat. Du, du gibst da direkt eine Backpfeife in die Arme. Asozial, ey. So asozial. So wenig. Das war noch der frustrierte, steuerschuldenhabende Geschäftsmann. Du fragst mich mal, warum mir keine Weste gepasst hat. Warum hast du keine Weste gepasst? Weil es mir nicht gepasst hat. Nochmal. Siehst du aus, wie Mr. Wien-Bisschen so. Weil es mir nicht gepasst hat. Hat jemand einen Cringe-Shorts bestellt? Hallo, Bruder, über-Cringe. Ich war Zeitzeuger eines TikToks einfach. Oh, Mann, ey. Hier ist Arme allein auf Tower gegangen. Und das zweimal. Weil er beim ersten Mal nicht aufgenommen hat. Habt ihr gesehen, wie groß dieser Tower war? Übertrieben groß. Locker größer als im Movie Park, Armeer. Ja, Bruder. Du hast es ganz skurrier gesehen von oben. Aber ich war, ey, ich konnte... Guck mal, ich bin zweimal auf dieser Tower gegangen, okay? Ich wollte das aufnehmen von oben. Hab ich ja wieder ein bisschen gemacht, ne? Das Problem war, Freunde, der hat mich beim ersten Mal erwischt und meine Kamera weggenommen. Ich musste ein zweites Mal gehen, meine Kamera an mein Gülkel verstecken, dann rausholen und dann aufnehmen. Das stimmt, Digga. Und dann wurde es dunkel. Aber Armeer hat wirklich, seid mir ehrlich, hat Armeer nicht geile Aufnahmen gemacht. Guck mal, jetzt von ganz oben. Keine Reaktion. No Reaction. No Reaction. Ich sagte ehrlich, Bruder, wir müssen ja nicht auf Mann machen, aber das ging mies auf wir. Das war, Bruder, eins der... Das war das maximalste Tower, wo ich drauf hab, Bruder. Maximal, als würdest du Fallschirmspringen. Ja, wirklich. Und nochmal hoch. Wirklich, ich war zwar nicht drauf, aber ja, ich hab nur eine ganze Zeit gewartet wie ein Baubohr. Beim ersten Mal hatte ich ja keine Kamera, da hab ich geschrien, sag ich euch ehrlich, ne? Ja, ja. Beim zweiten muss ich vor Kamera ein bisschen so Schnupper zeigen. Ja. Hier waren wir Indoor-Achterbahn, das war auch geil. Könnt euch nicht vorstellen, was eine coole Achterbahn das war. So was gibt es nicht und sowas wird ihr nirgendwo auf der Welt sehen, ne? Bruder, das ist ein Einkaufszentrum, was gleichzeitig ein Freizeitpark ist. Voll geil. Einfach zu einkaufen, Achterbahn, alles Mögliche. Indoor und Outdoor, okay? Aber Indoor gibt es natürlich nicht so viel. Auf einmal hat die eine gesagt, ey, hier gibt es eine coole Achterbahn. Ich so, komm, lass auslisten. Aber die Schlange waren lang. Ich und Jan meinten, die ganze lassen abhauen, aber die meinten, nein, ihr müsst dabei sein. Das ist die coole Achterbahn. Du hast überall maximal 5-6 Minuten gewartet, bei der Achterbahn musst du irgendwie 50 Minuten warten. Ja. Wieso, wir sind doch keine Esel, die hier 50 Minuten warten. Die so, nein, das wird sich lohnen, vertrau, vertrau, vertrau. Dann machen wir, wir warten 50 Minuten, Bruder, wir steigen ein. Wir steigen Kamera, wir nehmen auf einmal Kamera auf. Bruder, wir konnten uns gar nicht auf die Kamera fokussieren, weil das so spannend war in der Achterbahn. Ihr müsst euch vorstellen, die Achterbahn geht durchs ganze Einkaufszentrum. Das war voll geil. Das war voll geil. Indoor. Der geht in Läden rein, Bruder, von mir. Der kommt dritte Etage da raus. Als würde der zum Beispiel so Zara reingehen, da rausgehen, da wieder rein. Voll geil. Bruder, unser Gehirn hat nicht mitgemacht, wie so welcher Ingenieur hat das so gebaut. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Boah, hier sind voll Zara da. Und Loopings und so, in den Läden Loopings. Hau, der Mann, einfach. Was sag ich da, was sag ich da? Aber was sag ich da? Ich wusste es nicht, dass es so schließlich Loopings hat. Ah. Das sind die besten Freundschaften an meine Damen und Herren. Ah, und jetzt kommt der Kofferträger, mit dem wir uns nachher angefreundet haben. Jetzt haben wir ihn zusammengeschlagen und jetzt gehen wir zusammen in die Koroke Bar. Das ist mein Best Friend. Er hat ja natürlich gefragt, warum habt ihr mich geschlagen und so hin und da. Da haben wir gesagt, wir sind YouTuber und so. Er hat so, ach echt, wenn ihr wollt, wir können gerne, wie heißt es mal, Koroke Bar gehen. Ich sage, gib mir deine Nummer, wir reden. Wallah, hier ein koreanisches Herz, wenn ich mein Koreaner habe. Hier, hier, muah. Anita, Max, Ray. Jetzt im Wagenkoll der Koroke Bar. Wir werden jetzt jetzt einen Raum hier schnappen und mal gucken, was der Bruder hier drauf hat. Guck mal, wie er jetzt durchdreht. Digger. Normal, Digger, er hat bleibende Schäden bekommen von diesen Boxen von Amir, von den Schlägen. Ich war vorher noch nie in einer Karaoke Bar. Ich auch nicht. Aber Freunde, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr mit lustigen, korrekten Typen da seid. Bruder, das ist unnormal witzig. Das ist einfach richtig cool. Ihr könnt Auto-Tune einstellen, das einstellen. Ich geh nie wieder. Die ganze Zeit. Ich würde da jedes Mal wieder hingehen. Ich nie wieder. Jetzt rühst du ihn. Er dreht euch jetzt. Er dreht euch. Digger. Ich hatte sehr viel Spaß beim Schneiden und auch beim Gucken, dass es im ersten Nachhinein ein Outlook ist. Ja, das war ein sehr gutes Video, Digger. Das war ein sehr gutes Video. Ja, meine Freunde und Leute da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Kurier-Reihe mit Amir zu reagieren. Wenn ihr wollt, dass ihr und Amir auch mal wieder eine Reise machen sollt, dann lasst diesen Video einen Daumen hoch da. Auf jeden Fall würde mich sehr, sehr freuen. Und dann kann ich aber gucken, ob ich Amir überreden kann. Weil mittlerweile Amir auch Familienvater geworden, auch schon fünf Kinder am Ernährung. Bei mir ist es ja auch so. Und es ist nicht mal so wie früher. Ach, die guten alten Zeiten. Nein, das ist anderthalb Jahre her gewesen. Ja, wir werden bestimmt so was irgendwann wieder machen. Schreibt gerne in die Kommentare, wo ihr uns sehen wollt würdet. Wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.